Union und FDP wollen keine Steuern erhöhen. Das gilt natürlich auch für die Erbschaftssteuer. Die AfD will die Erbschaftssteuer sogar komplett abschaffen. Dabei spielen Erbschaften eine immer größere Rolle bei der Frage, ob jemand in Deutschland arm ist oder reich ist oder auch bleibt. Grundsätzlich gibt es ja verschiedene Wege, wie man reich werden kann. Entweder man hat eine Geschäftsidee, die einem richtig viel einbringt oder man macht eine sehr gute Karriere, die einem ein hohes Einkommen beschert. Oder man erbt etwas, weil man reiche Eltern hatte, die einen hergestellt haben. Also kurz gesagt gibt es drei Wege zum Vermögen. Gewinnsprung, Karrieresprung, Eisprung. Und Eisprung wird immer wichtiger bei der Frage, warum jemand reich oder arm ist. Das Arbeitseinkommen hingegen wird immer unwichtiger. Fast jeder 50. Erbe in Deutschland erbt über eine Million Euro. Das ist dann der Jackpot. Fast jeder 50. hat das Glück, dass zufällig zwei reiche Eltern ihn oder sie zusammengepimpert haben in der Lotterie des Lebens. Wiederum gehen die Erbschaftssteuer mit diversen Tricks. Denn viele Deutsche haben ja diese Urangst, dass sie eine Million mühsam zusammengespart haben. Und während sie schon in der Kiste liegen, kommt dann auch Olaf Scholz als Vampir und durchsucht einen nach Kleingeld. Und vor allem reiche Menschen können sich ja auch Anwälte oder Notare leisten, die ihnen da die Erbschaftssteuer runterrechnen. Man nennt das auch aktive Erbehilfe. Erbehilfe. Man kann ganz legal fast auf Null kommen durch Schenkungen zu Lebzeiten oder durch Änderungen der Familienverhältnisse. Da gibt es solche Pfennigfuchser, die heiraten die Geliebte und adoptieren sie dazu noch. Es gibt Familien, da sind manche juristisch ihr eigener Großvater, um die Erbschaftssteuer zu fahren und so weiter. Der Schwager ist der Golden Retriever. Ich gönne es allen. Ich will hier überhaupt keine Neiddebatte vom Zaun brechen. Ich halte es auch für völlig legitim, Steuern zu optimieren und seinen Nachfragen möglichst viel Vermögen hinterlassen. Zu Woll. Das ist menschlich. Das würden wohl alle so machen. Das Ganze ist für mich eine politische Frage, eine strukturelle Frage. Denn das, was der Staat durch Erbschafts- und Schenkungssteuer einnimmt, das macht gerade mal 1,1 Prozent des gesamten Steueraufkommens aus. Warum wird dieses System nicht reformiert? Das frage ich nun Maike Kühl. Sie sitzt für die CDU im Bundestag und leitet den Parlamentskreis Erben, Schenken, Behalten. Herzlich willkommen bei extra 3. Guten Abend. Frau Kühl, Ihre Partei, die CDU, will ja genau wie die FDP an die Erbschaftssteuer partout nicht ran. Warum? Tradition, Herr Ehring, das war schon immer so. Diese Position wurde bei uns von Generation zu Generation vererbt. Wir sind der festen Überzeugung, so ein Erbe, das ist belastend genug. Da muss der Staat nicht auch noch dazwischen krätschen. Sie kennen doch das Sprichwort einem vererbten Gaul. Nee, kenne ich nicht. Fügt man keinen Schaden zu, indem man ihn nach dem Tod des Reiters auch noch versteuert? Das war mir nicht bekannt. Frau Kühl, es ist ja so, 50 Prozent des Vermögens, das vererbt wird in Deutschland, das erhalten die wohlhabenden 10 Prozent in unserer Gesellschaft. Also 50 Prozent gehen an die wohlhabenden 10 Prozent. Das ist ja klar, dass es langfristig dazu führt, dass die Wohlhabenden in diesem Land einfach immer noch wohlhabender werden. Wollen Sie das? Wohlhabend, das klingt immer so privilegiert. Sie müssen doch bedenken, dass so ein Erbe auch viel Last und Arbeit mit sich bringt. Aktienpakete müssen verwaltet werden, Kunstgegenstände eingelagert werden, vermietete Immobilien müssen entmietet, Luxus saniert und teuer weitervermietet werden. Das ist Stress pur. Und dann langt auch noch der Staat hin. Puhi. Der Staat ist ja sehr zurückhaltend. Im Moment, die Erbschaftssteuer macht ja nur rund ein Prozent des gesamten Steuervolumens aus. Ja, sehen Sie, so dicke haben es die Erben dann eben doch nicht. Nein, nein. Das heißt, es werden einfach unterschiedliche Kriterien angelegt. Arbeit zum Beispiel wird ja viel höher besteuert. Ja, aber das Erbe wurde doch bereits versteuert. Das Erbe wurde versteuert vom Erblasser, aber doch nicht vom Erben. Ich meine, wenn ich meinem Bäcker ein Brötchen kaufe, kaufe ich das Brötchen auch mit versteuertem Geld. Aber der Bäcker muss das Geld natürlich auch wieder versteuern, dass er einnimmt. Das ist doch völlig klar. Ich meine, man muss da diese verschiedenen Einkommensquellen irgendwie auch gerecht behandeln. Wo bleibt denn da sonst die Gerechtigkeit? D'accord. Herr Ehring, Gerechtigkeit, da bin ich doch ganz bei Ihnen. Wer wenig erbt, soll wenig zahlen. Und wer viel erbt, soll auch wenig zahlen. Gerechter geht's doch gar nicht. Manche Menschen haben auch gar nichts zu vererben. Ja, dann sollen sie halt schenken. Danke für den Tipp, Marie Antoinette. Ich weiß schon, was Sie meinen, Herr Ehring. Viele alte Menschen leben nach dem Motto, das letzte Hemd hat keine Taschen drum. Lasst uns schnell den Rest vernaschen. Das ist traurig. Ich meine eher Familien, in denen es gar keine Gelegenheit gab zur Vermögensbildung. Im Osten zum Beispiel wird auch deutlich weniger vererbt als im Westen. Aufgrund der historischen Voraussetzungen. So geht die Schere zwischen Arm und Reich einfach immer weiter auseinander. Und wie sagt das Sprichwort? Wenn die Schere auseinander geht? Ich hab's irgendwie nicht so mit Sprichwörtern. Ist mehr Platz in der Mitte. Und die CDU ist die Partei der Mitte. Ja, die Partei ihrer Mitte. Das sind ihre Menschen, die da auch meistens in der Mitte wohnen. Nämlich in der Mitte der großen Städte, wo die Immobilien wahnsinnig teuer sind. Jemand, der nicht geerbt hat, kann sich ja zum Beispiel eine schöne Immobilie in einer großen Stadt praktisch gar nicht mehr leisten. Das kann doch nicht sein, dass Menschen, die nicht erben, in solche Häuser oder Wohnungen überhaupt nicht reinkommen. Aber natürlich kommen die da rein. Die Besitzer dieser Immobilien brauchen doch auch Haushaltshilfen, Gärtner, Köche, Handwerke. An die Arbeitsplätze dieser Menschen sollten Sie mal denken, Herr Ehring, bevor Sie hier den Sozialismus einführen wollen. Sagen Sie, kann es sein, dass es Ihnen einfach darum geht, Gesetze für wohlhabende Menschen zu machen? Weil gerade diejenigen, die die CDU wählen, auch möglichst wenig abgeben wollen? Das weise ich entschieden zurück, Herr Ehring. Unsere Wählerinnen und Wähler sind äußerst freigiebig. Was meinen Sie, was wir von denen an Spenden bekommen? Vielen Dank, Maike. Sehr gerne. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.